So, versuch mal irgendwie hier zu greifen. Jetzt überlege ich gerade, welche Hand ich loslassen muss. Warte mal, ich trau mich auch nicht, irgendwas loszulassen. Die rechte Hand, da hebst du dich fest. Lass die andere Hand auch los, Schia. Ich versuch dich zu ziehen. Ich reiß dir gleich deinen Kopf ab. Komm jetzt her. Das ist der neue Kletterguide. Ja, 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 fast da bist du doch. Endlich. Hast du zwar einen Giraffenhals? Auf der Jump and Run Ding, da freue ich mich auch gar nicht. Das konnte ich ja brauchen. Ja, das wird noch besser. Hier steht noch ein Sofa, das müssen wir zu zweit rauswerfen, oder? Ich ein Sofa habe mich selber rausgeschmissen, mitsamt mir. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen groß. Das läuft immer so knüffig. Boah. Schieb. So. Und jetzt durchschieben. Du hältst die Kissen fest. Das geht nicht. Wie, das geht nicht. Hi, Kissen ist draußen. Ich kann nicht schieben. Ich nehme das Gewicht nicht weg, warte. Moment. Ja. Und raus. Bude aufgeräumt. Ist das geil. Und tschüss. Auf geht's ins nächste Level. Pam. So. Jetzt erst mal ein Toffifeck. Es steckt viel Spaß in Toffifeck. Ich schiebe deine Matratzen jetzt, aber auch mal woanders entsorgen können, ne? Warum sind denn die da? Damit wir weich fallen. Die kommen auch wieder. Wo sind wir denn? Wo kamen die denn her? Die lagen da, glaub ich. Wupp. So. Gleich kriegt Schier eins auf den Kopf. Da kommt's wieder. Baff. Ne, ich war schon unten. Wie das aussieht, wie das Böckchen den Kopf von unten nach oben wirft. So, jetzt gibt's erstmal einen mit der Latte hier. Nein, ich lache nicht. Äh. Äh. Ja, ja, ja. Wunderbar. Da, schenke ich dir. Baumeister. Baumeister. Wer's quetscht denn hier? Hm. Ach, das war der Kran, ne? Hm. Ach, jetzt. Geht der eigentlich, der Feuerlöscher? Ja, ich dachte, da kann man vielleicht auch andere Sachen mitmachen. Also, dass der wirklich funktioniert. So. Scheibe kaputt. Wie ging denn das jetzt hier nochmal? Ei, ei, ei. Wieso? Ist das schon? Wozu ist hier die Tür? Weiß ich nicht. Ich bin durch. Wo ist die Tür? Ach, hier. Kann man auch so rein und raus gehen. Alles klar. Ach, der Kran ist, um die Mauer kaputt zu fahren. Alles klar. Hab ich doch schon gemacht. Nee. Doch. Kannst du da schon durch? Ich bin auf der anderen Seite. Okay. Dann müssen wir ein bisschen krabbeln. Hm. Also, das hinterfrag ich jetzt mal nicht. Das mit dem wir nutzen? Ja. Ähm. Wofür war denn das hier nochmal? Um in Deckung zu gehen. Sie ist in der Maschine. Ja. Genau. Wir gehen. Ich frag mich nur gerade, wozu... Das ist... Das weiß ich jetzt auch nicht. Was ist vielleicht da drüber? Ach ja, um die Mauer kaputt zu machen. Genau da. Brauchen wir das? Ja. Nee, die Rolle brauchen wir, glaube ich, nicht mehr dies. Zur Hilfe, um hier rüber zu springen. Um an den Kran zu kommen. Ach so, damit man... Damit man schon erhältst. Genau. Ich bin einfach auf die Kugel gefallen. Ja, scheiße. Juhu. Ich komm aus. Oh, oh. Wo willst du hin? Nee, ich häng da fest. Ja, du musst auch wieder an die Mauer ran. Na, ich hing ja da an den Herd fest. Ach so. Und hing draußen. Also kam ich nicht mehr rein. Äh. Kraxe. Hoch. Ja. Ah. Hauptsache, ich reiß den Hebel nicht ab. Ich voll mit dem Kopf dagegen. So. Jetzt geht das ab hier. Auf geht's. Ab geht's. Ich reiß das jetzt mit einmal ein. Ja, mach mal. Wenn ich den Hebel wieder erwische. Oder gleich braucht mich. Irgendwie halte ich mich gerade überall fest. Nur nicht. Eigentlich hättest du mich ja vorher auf die Kugel lassen. Ich krieg das jetzt aber. Yeah, jetzt hab ich's. Das sieht aus. Da passiert halt. Oh, oh, oh. Ja, also bei... Ja, genau so ging's mir. Okay. Der lag ist ab. Und nochmal zurück. Jawohl. Das gleiche nochmal. Wir gehen ein bisschen weiter rechts. Mehr Schmackes. Äh. Das ist gar nicht so einfach mit dem ollen Ding hier. Ja. Da sagst du was, ne? Ach, das ist natürlich. Diesmal nehme ich ein bisschen Anlauf. Und jetzt mit voller Wucht dagegen. Yeah. Das war's dann mit voller Wucht. Äh. Jetzt aber. Das sieht gut aus. Krawumms. Ja, geschafft. Ich hab mein Platz hier. Schieb mich mal. Schieb mich mal. Ey, du verhalts dich nicht besser. Oh, jesu. Ah, alle weg da. Alle weg da. Ja. Ich fragt euch aber auch um die kleinste Ecke, ne? Ja. Ich räume hier mal eben auf. Hier liegt mir zu viel Müll rum. Weg mit dem ganzen. Ich komm natürlich drüber. Ich mach die Mauer weg. So. Bisschen Müll aufräumen hier. Ähm. Ich glaub, da geht's runter. Äh, okay. Da kommt man nicht hoch. Ähm. Ja, da ist ne Kisch, da guck. Aber ich seh keinen Ding, wo man das draufpacken. Ich seh'n Hebel. Ja, den seh' ich auch. Da drüben, aber... Und vielleicht mit dem Kram mit der Kugel einer gut oder selber rüberlaufen kann. Ach nee, Benni ist schon... Ich krieg den Hebel nicht. Der Hund ist zu klein. Oh, oh, oh. Ich bin größer. Ich hab den Hebel abgerissen. Oh, Samuel. Warum reischst du denn ab? Aber wir haben die Brücke, die wir brauchen. Wir brauchen die Kiste. Die muss hier auf den Punkt. Ich klopp in der Zeit mal die Scheibe mit dem kaputten Hebel ein. Wie sich das anhört, wenn er an der Scheibe rumsquetscht. Das hört echt ganz, ich klopfe leise. Voll geil. Das ist ja gar nichts. Klack's mit der Kiste? Ja, gut. Okay, man kann auch einfach mit der Kiste durchlaufen. Einfach durch die Mauer. Ist das drauf? Ja. So. Jetzt wird hier wahrscheinlich noch eine Kiste drin sein. Um irgendwie den anderen Arm hier runter zu... Ich weiß gar nicht, wofür der sein soll. Ach, hier ist das Ding, wo wir schon mal festgesteckt haben. Also ich sag auf jeden Fall Dankeschön. Das Spiel ist cool, war eine coole Idee. Ja, gar kein Problem, ne? Das war mega geil. Dass du es hier vor allem auch geladen hast. Ja. Die Pöller müssen wir doch wegmachen. Ja. Aber wir... Wie kommen wir... Hier haben wir schon mal festgehalten. Weil irgendeiner muss den Hebel ziehen, damit die Tür aufgeht. Und dann haben wir... Ja, das hast du gemacht damals. Genau, und dann haben wir sie nämlich nicht aufgeregt, dass der letzte durch konnte. Stimmt. Vielleicht mit dem Pöller? Ja, das ist eine gute Idee. Geht nicht? Was, wie? Ich komme nicht ganz da hin. Ah, sehr gut. Ja, der ist aber mal intelligent. Das ist nicht die Lösung, aber der ist intelligent. Vielleicht war es doch die Lösung. Nee, das ist nicht die Lösung, auf keinen Fall. Aber wir sind weiter. Wir sind alle durch. So, ähm, wer möchte den Kran steuern? Ja, wurscht. Na, äh, äh, sagt er. Ich gehe hier mal drauf. Ach so, da bin ich auch schon mal runter. Ach so, nach rechts bis wieder. Ja, klar. Da spieg ich mal kurz die Hebel. Ach so. So. Aber wir müssen mit dem Kran hier rüber. Ja, ich mache ja schon. Wenn ich nicht darf. Da! Ich komme da nicht. Ja, aber vorbei. Sehr schön. Ja. So. Rückwärts. Perfekt. Oh, fall da nicht runter. Moment. Moment. Oh, 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 oh. Bist du drüben? Ja. So. Kiste steht. Und Tür ist offen. So. So. Kann ich sagen, ich habe mich echt gebessert? Ja, auf jeden Fall. Wenn du es jetzt hier rüber schaffst. Oh, let the dogs out. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn man mit dem Kopf durch die Wand will, ne? Köpfchenarbeit. Was macht er denn mit dem Hebel? Die Rampe bischen gerade. Sieht aber echt unförmig aus, seine Figur, ne? Was? Ja, das macht die, das, das macht die Kiste sekt. Ja. Alles bewegt sich. Das Spiel musst du echt mit mehreren spielen, sonst. Ja. Ah, ja. Komm, 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 komm. Gruppenkuscheln. Ach, das ist der Stein. Scheißhund. Oh, die Dinger doch zusammenfallen. Ja, ich will mal eben versuchen, da hochzuklettern. Ich glaube, das war nicht so geil. Nee, da ist irgendwas. Komplett zusammengefallen, glaube ich. Ja, ich darf auf jeden Fall nicht diesen Riegel da oben rausnehmen, weil dann fallen Steine runter. Daran erinnere ich mich. Aua, aua. Aber ich will mal gucken, irgendwas hatte der Kran, glaube ich, auf sich da oben. Ich denke mal, da musst du dich dranhängen. Das vermute ich nämlich auch beinahe. Das ist eine Mauer. Ja, tschüss. Ich bin im nächsten Level. Wo finde ich das? Mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Scheiße. Also das ist eine Lösung. Man kann halt oben auch den Riegel ziehen, dann kommen Steine raus. Mit den Steinen könnte er die Mauer einkloppen. Ich ziehe den Riegel raus. Also nach oben schieben. Nein, nicht. Oder? Ja, kannst du machen. Ich mache hier schon mal die nächste Mauer auf. Aber dann ist die Treppe weg. Ich hätte sie jetzt zu gern gesehen. Oh man. Ich wollte den Ding nehmen. Ich würde euch auch gern helfen, aber das kleine Röhrchen, was ich hier habe, macht gar nichts an der Wand. Was? Das kleine Röhrchen? Ja, hier. Das ist auch komisch, dann. Achso. Ja, deswegen. Ja, klein. Oh, doch. Ich habe es geschafft. Oder seid ihr das? Ne. Ich hänge in den Stein. Ich habe euch mal die Wand kaputt gemacht. Ja, ich bin drüber. Ja, und was sind wir jetzt denn? Da, wo der Zug drin steckt, durch die Wand. Das habe ich eben schon ausgelöst. Da kam auch das kleine Röhrchen her. Ich steuere mich da haben. Ja, das meinte ich halt. Das kann man halt wirklich nicht erklären unbedingt. Dass es eigentlich das ist, was das Spiel ausmacht. Bei wem läuft denn Musik? Bei mir noch. Bei mir. Moment, das ändere ich. Hat sich ausgelöst. Das ist gut. Nicht, dass es irgendwie geblockt oder so wird. Genau, genau. Das schaffe ich doch niemals. Ich lande hier im Jenseits. Komm, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Total easy. Wenn man nicht an der Scheibe hängen bleibt. Hallo? Nicht loslassen, nicht loslassen. Okay. Ich reiß die Scheibe mal ab. So. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber hier scheint es auf jeden Fall erstmal weiter zu gehen. Gibt es hier eine Kiste? Ja. Ach ja, da drüben. Korrekt. Ich versuche die mal zu holen. Und wofür ist der Gerät hier? Der Gerät. Aber. Ach, ich... Ach, der ist... Dann fährt die Rampe nämlich hoch. Fall doch endlich runter. Ich opfür mich für das Team. Ich hol die Kiste hin. Ach, hier. Ich schlafe in der Runde noch. Guten Tag. Der klauende Hund ist da. Ja, wo ist das? Oh, oh, oh. Aua, 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 aua. So. Äh. Ist aber auch hier. Äh. Die müssen... Das sind spektakulär. Darauf. So. Jetzt komme ich. Plumps, auf deine Füße. Was ist denn das? Perfekt. Ah. Das kenne ich. Das kenne ich. Das kenne ich. Warte, ich hole dir das wieder rüber. Das war hier mit Trapezkünsten und so ein Kram. Kann man das vielleicht noch ein Stück machen? Dann müssen wir die da töten. Äh. Erstmal. Aua, 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 aua. Auf die Plattform. Mit der Plattform rüber. Ich sag dann Stopp. Ja. Oder auch nicht. Ne, nach vorne war schon gut. Achso, war schon ein Drittel. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Äh. Noch weiter? Noch weiter? Bist du sicher? Lass mal auspendeln. Ja. Ah. Scheiße. Stopp. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich bin tot. Oh. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Guck mal aus. Boah, voll der Armbruch wieder. Ne, doch nicht. Ja, und wie kommt der letzte darüber? Warte. So. Aua. Ähm. Indem wir jetzt mit der Kiste wieder rüberfahren. Nö. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. So, wer will? Ich habe sie festgehalten. Also die Kiste muss rüber. Genau. Okay. Okay. Das Transportmittel steht schon da. Das schafft man doch niemals. Doch, natürlich. Haben wir ja schon mal geschafft. Sonst wären wir nicht weitergekommen. Alles ist wirklich. An das kann ich mich aber noch vage erinnern. Aber da konnte ich mich gerade perfekt dran erinnern. Gott sei Dank. Es wird aber auch noch andere lustige Sachen geben. Wo wir noch mal rätseln werden. Ja, genau. Mit dem ganzen Körper. Schiebe rufen mit dem Bauch. Und auf geht die Wäldefahrt. Ich habe mal eine Stimmung. So. Ich versuch's mal mit der Schaukelmethode. Ja, die hat geklappt. Bei mir sogar. Ja, das. Aua. Nase gestoßen. So, und schon kommen wir alle hier durch. Ach ja. Die Platte muss auf den Arm hier drauf. Auf die Hebebühne. Und zack. Und hepp. Ich glaube, ich glaube, ich hatte irgendwas anderes. Ich habe daneben gegriffen. Ja, genau. Schia hat sie. Und jetzt rüber. Super. Jetzt brauchen wir noch einen zu Freiwilligen. Ja, ich merke das schon. Mit Bauch und Kopf klappt bei dir. Oh, oh. So. Aua. Hier war irgendwie knifflig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Was hast du gesteckt gemacht? Was für ein Film hast du schon gar keinen? Ich bin durch ein Level gelaufen mit einer kleinen, schwammeligen, schwammeligen Figur. So, jetzt habe ich das Gebamsel hier erlöst. Wir sollten die Stange auf jeden Fall nicht runterfallen lassen, weil da unten ist Glas. Oder müssen... Doch, da unten müssen wir rein, weil wir den Schalter für die Tür brauchen. Also doch die Stange runter. Aber nicht in das Glas, oder? Doch, genau. In das Glas, weil da ein Schalter ist, um die Tür zu öffnen. Schön in die teure Glasscheibe. Ja, aber man kann gar nicht so schwingen, dass man da rüber kommt. Doch, mit vorwärts und schwärts. Paff. Du hast die Scheibe kaputt gemacht. Oh nein. Was ist das? Mein Kristallglas. Ich stehe irgendwo... Und wieder den Hebel abgerissen. Das war's mit der Tür. Nein, oder? Zum Glück reißen nur die Hebel ab, die wir nie wieder brauchen. Also, mit dem Schwingen, das kann ich nur nicht. Wie schaukeln. Vorwärts gedrückt halten, rückwärts gedrückt halten. Immer wie beim Schaukeln. Du könntest mir den Hebel wieder reinbauen. Versuche das mal, wenn du da begabt bist. Okay. Aber das ist auch das Exit-Ziel, ne? Also, wer es da durchschafft... Ich würde dir jedem die Möglichkeit einmal bieten. Oh. Ich springe erstmal nochmal ins Loch. Und nochmal rein. Wenn das Teil so schwingt... Also da... Da oben hin. Ja. Okay. Ich würde ja gemeinsam mit mir irgendwo irgendwas holen. Um draufzutreten. Ich schaff's grad nicht mehr mehr an das Pendel ran. Ich bin zu blöd dazu. Ich bin zu blöd, um das olle Trapez hier zu treffen. Äh, shit. Ne, das geht nur. Vor allem die Frage ist, wenn das gleich aufkommt, dazu schwingen... Doch, jetzt hab ich's. So. Jetzt mit ordentlich Anschwung. Und ich bin durch... Oh, scheiße. Ich wollte euch die Gelegenheit geben, aber ich war... ...mit so viel Schwung unterwegs, dass ich durchgefallen bin. Ich sah das da nicht grad. Trantisch, Brot, Ungefallen. Ja, vor Platz gemacht. Hat einer einen Schlüssel für die Tür? Da schlägt ein Stein. Ja, ich glaube, damit macht man das Schloss kaputt. Komm. Guck mal, guck mal raus, wie das Wetter ist. Da ist scheiße. Geil. So, ich hab das Metall-Ding mal entfernt. Aua! Ja, ich wollte dich eigentlich ziehen mit der Tür. So, ladies first. Ja, danke. Ich nehm das Schloss mit. Das war teuer. Vielleicht brauchen wir also nochmal. Das ist Metall. Metall. Eisen ist gut. Wenn ich nicht immer die Tür angrabbeln würde. So, jetzt hab ich das Schloss. Meine Hand kann halt nicht festhalten, bitte. Ach. Ja, gut. Ich weiß, wie es ging. Das Ding irgendwie da durchstecken, ne? Genau, und dann die Gitter aufbiegen. Und nicht da oben die Tür. Das ist halt übelst, ne? Man will eigentlich die ganze Zeit immer da oben hin. Und versucht über diesen Balken, den da oben hinzukriegen, zum Balancieren. Aber man muss hier unten die Gitter aufbiegen. Das heißt, da oben an der Türe, die ist nur die Gitter. Genau. So, nicht ganz weit rein. Wieder ein Stückchen raus. Heftig. Und aufbiegen. Zack. Geht? Ja. Das müsste reichen. Achso, ich halte dich fest. Ja. Das sieht aus. Ach nee, das ist der Scheiß. Juhu, das ist cool. Nein, das ist der Scheiß. Das ist cool. Sia, die was aber doch freut sich. Ja, da muss man sich rüber schmeißen lassen. Und da habe ich das mit dem Hebel nicht hingekriegt. Und ach, das war so gacke. So, Spannung ist da. Jeder einzeln. Ja, ich kann dich auch auslösen, wenn du willst. Ja, mach, mach, mach. Ich habe keinen Plan. Und tschüss. Ja, ich bin sogar über die Mauer. Wow. Also, man kann halt mit den Steinen auch die Mauer erstmal wegballern. Die Spannung wieder herzustellen ist irgendwie tricky. Ich lege den Stein vor das Rad da, das ist nicht hinterrutschbreit. Das ist auch gut. So, willst du der Nächste sein? Kannst dich halt auch selber auslösen. Wie mache ich das? Den Hebel ziehen. An den Hebel da irgendwie. Weil man den trifft. Ich habe ihn eben nicht getroffen. Du musst dann halt auch nur loslassen, wenn du gezogen hast. Muss ich denn hoch oder runter? Äh, runterdrücken. Okay, ich muss die ran. Und trat sie nicht. Ich weiß das hier nicht mehr. Soll ich? Scheiße. Bei mir bist du ungefähr einen halben Meter von dem Hebel weg. Ach so, jetzt. Ah, doch nach oben. Abflug! So. Ich baue mir Hebel erstmal. Ich spann das Katapult mal wieder, wenn ich es hinkriege. Das Team wird doch der Hammer. Ich va mir nicht. Ja. Okay. So. 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 So.